Mehr als 140.000 Kinder in den USA haben einer Analyse zufolge im Zuge der Corona-Pandemie mindestens ein Elternteil oder eine für sie sorgende Betreuungsperson verloren. Diese Hochrechnung gelte allein für den Zeitraum April 2020 bis Juni 2021, berichten Forscher um Susan Hillis von der US-Gesundheitsbehörde CDC im Fachjournal Pediatrics. Etwa jedes 500. Kind in den USA sei betroffen. Auf etwa vier Menschen, die in den USA nach einer Corona-Infektion gestorben sind, kommt jeweils ein Kind jünger als 18 Jahre, das dadurch ein Elternteil, eines aufziehendes Großelternteil oder eine andere für sie sorgende Betreuungsperson verloren hat, schreiben die Wissenschaftler. Das sei eine versteckte und anhaltende, von der Corona-Pandemie ausgelöste sekundäre Tragödie, um die man sich dringend verstärkt kümmern müsse. Für die Studie arbeiteten Wissenschaftler des CDC gemeinsam mit Kollegen vom Imperial College in London, den Universitäten Harvard und Oxford sowie der University of Cape Town in Südafrika. In den USA sind seit Beginn der Pandemie nach Daten der Johns Hopkins Universität mehr als 700.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Vor einigen Wochen war eine Studie im Fachjournal The Lancet veröffentlicht worden, der zufolge weltweit rund 1,1 Millionen Kinder infolge der Corona-Pandemie mindestens ein Elternteil oder ein für sich sorgendes Großelternteil verloren haben. Die Zahl der durch die Pandemie zu halbweisen und weisen gewordenen Kinder sei bezogen auf die Bevölkerungszahl unter anderem in Südafrika, Mexiko, Brasilien und Kolumbien besonders hoch. In vielen Ländern ist einer kürzlich im International Journal of Epidemiology veröffentlichten Studie zufolge im Zuge der Corona-Pandemie die Lebenserwartung so stark wie seit dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa nicht mehr gesunken. Laut dieser Analyse sind in den USA vergleichsweise viele jüngere Menschen gestorben.